So leute da sind wir wieder eine weitere folge von angry birds fight hoffentlich sind die punkte alle aufgeladen nach Ja wunderbar nach einigen stunden hoffe ich das ja wirklich mal Gut 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 level 18 sind wir level 19 level 19 Warum sind die bieten level 19 der what the fuck haben wir da brauchen wir noch ein bisschen nachholen was so wir brauchen nicht mehr viel für Die 100 münzen bis 100 diamanten Was ist das denn für eine flagge für die tombola leute zwei diamanten fehlen noch glaube ich dann haben wir es geschafft Dann können wir ein paar edel steinchen raushauen Das worauf ihr so sehr geiert aber Meine fünfer combo oh mein gott Wie traurig Na gut das war natürlich das erste match gerade wieder zum ein üben ist ja logisch Das ist doch schlecht Ui Nächste vierer combo weg So kacke ist das Wunderbar Gut gut noch ein bisschen was ja kommen jetzt natürlich kommen wir in richtig die fetten krassen kombinationen Und da war der sauer nicht so gut aus Und da war der sauer nicht so gut aus Gut ja chack besiegt logo Ähm Dreiher sieg ist ja sehr schön oder kommt wieder eine Mech spinne hier mech schwein Ein mech pick aber das werden wir jetzt nicht besiegen jetzt machen wir später So schlimm wieder mit zwei das ding dann letztens hat man der eins besiegt jetzt haben wir mit zwei wahrscheinlich besiegen Und so weiter und so weiter vielleicht finde ich noch einmal gucken Und so weiter vielleicht finde ich noch einmal gucken Maxwell hat wohl immer zu viel brave frontier rpg gespielt da ist auch ein boss namens maxwell Naja bestimmen zufallen natürlich wie immer Bam so der gegner hier wurde ein bisschen gestäubt Und wie gibt es hier keine kombinationen was da los Das war nicht so clever gewesen Oh mein gott ist das schlecht Ist das übel Keine vierer kombination war klar War nur eine frage der zeit bis er es hat wollte ich nicht Ach komm leck mich am arsch ja ich habe gar keine bekommen Scheiße man Leider habe ich die kommen und nicht bekommen schade ja komisch aber zwei vierer gleich gehabt Ich gar nicht einer nicht ein einziger Kommen die cheaten doch alle ohne scheiß 84 schaden nur Ist ja wenig mein gott der will ich schaden gemacht Zwei diamanten noch dann Dann geht's los mit der tombola Ja ich möchte sie auch endlich spielen damit meine Units noch ein bisschen stärker werden Kann ja nicht sein dass ich jedes mal von SS lockt verprügelt werde Oh wer ist das dann? Kenne ich dich irgendwoher? Das ist halt ein SS item Äh äh schnutz Der schnutzbart Und die Dings müssen glaube ich Oh guck mal hier noch einen Oh guck mal hier noch einen Der schnutzbart und der Dings sind glaube ich ein SS item Der Helm Der Helm So Da guck mal hier guck mal hier Das war zu viel Spaß gemacht Ich weiß dass er mich gibt auch noch mal Komm her hier Mhm wie geil ist das denn eh Das waren jetzt keine Ahnung wie viele vierer Vierer Kombination Ich hab anscheinend noch eins gerade gefühlt Zumindest sagt der Sound an Ja du hast noch einen aber So viel hat er glaube ich das nicht bekommen Da ist ein Vierer Kombo Gewesen Ja tut mir leid Tut mir echt leid Aber ich hab komisch aber so viele Vierer Fünfer Kombinationen bekommen Das ist ja durchgerusht Das ist ja Ging ja wie runter wie Öl Ist ja cool Nochmal bitte Immer wieder Die ganze Fünf-Fight-Punkte ist ja Wahnsinn Gut 13% brauchen wir nur noch Dann haben wir das ja auch schon wieder geschafft Mein Gott das geht ja schnell Achso wir haben ja Letztes Mal als wir bei 140 Punkten glaube ich waren Gegen so ein riesiges Schiff gekämpft Oh mein Gott hier ist ein Vierer Kombo Da ist ein Vierer Kombo Und der war ja nicht mehr der Bossgegner gewesen Merke ich gerade Dass er wirklich nur so eine kleine Wurst war So ein Miniboss halt ne Holy Shit Habe ich gerade erst realisiert dass wir Ja noch einen viel größeren und stärkeren Gegner Dann haben werden Naja Lass uns überraschen würde ich sagen Na da war ein Vierer Kombo Schade 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 Na gut 470 Schaden Na gut Ob das reicht weiß ich jetzt nicht Und 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 verdammt wir haben verloren ne Da ich schreibe sie gerade Du werde immer was lesen Oh mein Gott wir haben verloren Das bestimmt ein SS-Item Dieser komische hässliche Lockenwickler Stab da hinten Schon wieder verloren Das war jetzt ein Fünferdingskampf Fünfergelegen ins Kampf Hätte uns echt viel gewacht Dann hätten wir die Scheiß hier hinter uns gelassen Der Islam Level 20 ist der Islam Das war doof Das war der ungünstigste Move den wir wahrscheinlich hätten machen können Na ja So ein paar Böhmchen Ja leider nicht Oh wunderbar Das scheint sogar durchzugehen Selbst wenn es in den Kisten drin ist Das ist ja interessant Habt ihr gar gesehen Ja war in den Kisten drin Und hab trotzdem das Die Vierer Special Dingen zu bekommen Ist ja interessant Total Oh mein Gott 10.000 Kommission Wo ist die Vierer Kombo Gibt es hier keine Vierer Kombo Ich verarschen Oh mein Gott hier gibt es keine Vierer Kombo Erstens mit den Blumen Mit den Bomben Keine Vierer Kombo Die stand alle so scheiße Dass ich eine einzige Vierer Kombo zustande kam Das ist ein Fünfer Kombo Übrigens Und ein Vierer Kombo Ich das hasse Warum verliehen wir eigentlich ständig Mann Was los da Beschissen Typen Um 22 Uhr gerade auch mal aufwachen Drei Mal miteinander verloren Was soll denn das Ist das dumm Dir ist es Was ist das denn für eine Flagge Bitteschön Kackbraun Eine Flagge mit Kackbraun Oh Schade Oh da haben wir eine Vierer Kombo Sehr schön Alle Reds weg So viel hat uns jetzt nicht geholfen Also viele Kombinationen Gaffst du dadurch nicht Viele hohe Kombinationen Ich glaube nur die Vierer Kombinationen sind davon ausgenommen Also die werden automatisch trotzdem noch getriggert Ist ja interessant Ah fuck So Das kann doch nicht sein Das wir schon wieder Ich geh Ich geh Ich geh mir gleich echt Irgendwas Äh scheiße Das ist jetzt der Verdammte Fucking vierte Kampf Den wir hintereinander verlieren Alter Kann doch nicht so Cool Klavierhut 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 Ist doch super oder? Der vierte Kampf in Folge den wir verlieren Was ist da los man? Aber ich bin jetzt dieses Drecks Red Weil Tombola Items gab Und hätte man mit Red gar nicht gespielt Dann hätte man sich damit echt Den perfektesten Red Champ überhaupt aufbauen können Aber ich will keinen Red Spinner Ich will keinen Red Spinner Das ist langweilig Mag ich nicht so Das ist langweilig Aber wir haben uns Drei Und Die 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 Ja wunderbar gut ist mit 4.000 hp aber noch etwas aber gut erfahrung 20 erfahrung 50 münzen Dankeschön Seit 11 minuten gerade mal ja aber wir haben alles verloren haben es doch scheiße Könnt ich mich über diese gar nicht über die siege gar nicht freuen so kümmern ich jetzt eine belohnung 43 den ganzen neben 50 leider erst können leute können die leute jetzt mal endlich hier hilfe anfordern so wird total cool dann könnte ich auch nur die anker raushauen kann man gelingen budget budget macht mich nicht irre gib mir bitte jetzt den sieg ich brauche einen sieg heute warum ich einen sieg brauche ja her damit hier kommen immer weiter da haben wir vierer kombo und hier war noch eine 3er kombo und so weiter und so weiter komm her hier oh gott da war eine 4er kombo noch viel zu schnell ohne 5er kombo dann noch eine 5er kombo guck an guck an noch eine ne ich glaube das war das vorige noch hängt ein bisschen daher richtig so damit alle reds weg so hier haben wir noch was da hat man gerade vierer kommen mit blut haben können ich glaube aber wir haben gewonnen weil er einfach so oft beschmutzt war chack ich werde wenn du noch mal gewinnt dann haue ich irgendwas kaputt siehst du die drohungen helfen manchmal doch okay das sind die 15 punkte die uns aber zum sieg bringen ein notenstock für sich 420 verkaufen warum nicht immer raus damit und da der super tolles königsschwein kaputt sterb denken jetzt gibt mir die edelsteine ich brauche die edelsteine unbedingt aber sicherlich edelsteine abzudrücken haben oder etwas schwierig zu schauen wenn man nichts sieht jetzt muss ich auf die blauen dinger gehen weil ist ja chack ist jetzt mein kapitän da war übrigens gerade die 6er kombination gewesen ich habe sie gesehen heute kam nämlich einmal der kommentar auf ich glaube niklas extra hat das geschrieben gehabt dass es unmöglich ist eine 6er kombination zu bekommen ich habe gesagt doch es ist möglich wenn wirklich random mäßig die dinger so runter fallen darfst du dir 6 der kombination haben und wir haben es tatsache in der tat gehabt sechs stück davon gerade das muss ich ja ist ja irre muss mir gerne mal gucken 900 münzen gibt es eben dann dafür ich weiß gar nicht leider nicht verdammt nochmal oder 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 für den abschließen von edelstein oder auch ein edelstein guck mal leute so jetzt nur mal leider aber schon bei 15 minuten das tut mir natürlich sehr leid dann machen wir beim nächsten mal machen wir hier in der haus und wollen wir können doch jetzt machen wir machen das jetzt noch ich weiß ich bin ziemliches arsch noch er aber so ist es hat richtig fies wir machen jetzt noch und uns den hundertsten edelstein und dann leute in der nächsten folge geht es mit tombola los ohne ende dann wird tombola gespielt wenn wir das überhaupt gewinnen sollten ja dann wäre man so glücklich und so stark und er ist unglaublich hat mir gerade eine 5er komo gehabt hätte das jetzt nicht versaut wie gesagt sofern wir gewinnen sollten das ist ja immer so ein bisschen problematisch bei dem diesen dingern hier weil ja seit glück sehr viel glück wie die dinger stehen da wird dann noch mal rum rülpsen hier näher macht er nicht mehr macht er anscheinend nur einmal das war's dann ok aber es sieht gut aus man 3200 3300 leben das ist schon in ordnung noch 105 schaden noch blu dazu und bämm da mal gewonnen leute da ist er mehr den hundertsten edelsteinen 100 edelsteinen das werden in echt geld umgerechnet über 60 euro das ist ja wahnsinn gut wenn man einen edelstein sogar 118 euro die haben jetzt alle erspielt und nächstes mal geht es los mit der tombola ist das fies ist das fies ok ich mache jetzt noch nichts deswegen heute vielen dank zuschauen wir sind in der nächsten folge wieder seid gespannt was wir daraus bekommen ja vielen dank und bis dahin ich habe noch nicht mehr sehen ciao leute zwei drei 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 drei